Über 30.000 Fachleute nutzen Swisslex für die juristische Recherche. Mit einem Klick suchen Sie in einer Datenbank von rund 400.000 Dokumenten. Damit ist Swisslex die grösste Rechtsinformationsplattform der Schweiz. Unverzichtbar und konkurrenzlos. Mit unserem neu strukturierten Angebot werden Sie Ihre Recherchearbeiten noch deutlich erfolgreicher gestalten können. Ganz nach der Maxime. Einfach suchen. Sicher finden. Vernetzt anwenden. Eine juristische Recherche soll möglichst umfassend sein und wenig Zeit in Anspruch nehmen. Je schneller Sie sich einen Überblick verschaffen können, desto mehr Zeit gewinnen Sie für Ihre Lösung. Mit Swisslex sind Sie gegenüber einer herkömmlichen Recherche mindestens zehnmal effizienter. Zudem minimieren Sie das Risiko, wichtige Informationen übersehen zu haben. Sie erhalten Transparenz bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Quellen der Rechtsdaten. Eine integrale Suche mit Swisslex.ch erfolgt in der grössten Sammlung eidgenössischer und kantonaler Rechtsprechung, im Archiv von über 50 Fachzeitschriften und in einer umfangreichen Kollektion von Kommentarwerken, Monographien und Dissertationen. Dieser Datenstamm wird von Swisslex laufend veredelt. So wird beispielsweise jedes Dokument durchschnittlich mit zehn weiteren verlinkt. Durch diese und andere Metadaten können Sie Ihre Rechercheresultate individuell filtern und verarbeiten. Ihre Suche wird deshalb weit mehr als ein isoliertes Dokument zutage fördern, sondern juristische Zusammenhänge aufzeigen und alle Aspekte einer Rechtsfrage zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Alle Werkzeuge für ein zeitgemässes juristisches Arbeiten finden Sie auf unserer neuen Online-Plattform. Steigern Sie Ihre Effizienz mit der Nummer eins für juristische Recherchen in der Schweiz. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.